In diesem Video erkläre ich dir den Merkantilismus. Merkantilismus bezeichnet eine Wirtschaftspolitik, in der die Wirtschaft eines Staates hauptsächlich durch den Staat selbst geregelt wurde. Das Ziel dieser Wirtschaftspolitik war es, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Auch wenn man den Merkantilismus schon länger kannte, fand er seinen Aufschwung in der Zeit des Absolutismus vor allem während der Regierungszeit von Ludwig XIV. Um das prunkvolle Leben des Herrschers sowie die hohen Kosten für das Heer weiterhin finanzieren zu können, mussten die Einnahmen des Staates gesteigert werden. Da der Finanzminister Jean-Baptiste Colbert das System des Merkantilismus weiterentwickelte, spricht man auch oft vom Colbertismus. Es war gewünscht, dass alles, was in Frankreich hergestellt wurde, mit eigenen Rohstoffen hergestellt wurde. So blieb das Geld stets im eigenen Land. Die Einfuhr von Waren und Rohstoffen aus anderen Ländern war durch die Schutzzölle nun sehr teuer. Lediglich Rohstoffe, die es weder in Frankreich noch in seinen Kolonien gab, waren frei von Schutzzöllen. Damit der Staat zunehmend unabhängiger von anderen Ländern wurde, wurden Manufakturen im Land stark gefördert. Da Frankreich noch diverse Kolonien in anderen Ländern hatte, konnten Rohstoffe von dort billig importiert werden. Die fertigen Produkte aus den Manufakturen ließen sich teuer in andere Länder verkaufen. So füllten sich die Staatskassen stets weiter. Auch wenn der Merkantilismus hauptsächlich Frankreich und Ludwig dem XIV. zugeschrieben wird, gab es auch in Österreich und Preußen dieses System. Dort wurde diese Wirtschaftsform Kameralismus genannt. Ab dem 18. Jahrhundert wurde der Merkantilismus zunehmend vom internationalen Handel abgelöst. Dann gab es auch die Koffer und die Koffer. Dann gab es einfach aus den Koffer. Dann gab es den Koffer werden, dann gab es auch los kanal, weil es in der Berkantilismus beignet hat. Und dann gab es auch die Koffer einer Koffer als die Koffer, die Max sojourner aus. Sagenantilismus zerstört. Vielen Dank.